Hallo Leute, gestern habe ich ja mein Zusammenfassungsvideo für die Adventskalender-Gewinnspiele 2019 gemacht und war mir ziemlich sicher, dass da nichts mehr kommt und was passiert natürlich. Einen Tag später, heute, kommt dieses schwere, relativ schwere Paket von der VGB-Verlagsgruppe Bahn GmbH und ich habe keinen blassen Schimmer, was da drin sein könnte. Vielleicht ist es ein Karton voll mit Werbung, aber das glaube ich ja jetzt nicht. Wir packen es einfach mal auf. Seid gespannt. Den mache ich mal auf. Da bin ich echt mega gespannt, weil ich echt keine Ahnung habe, was die da verlost haben. Ich habe ja teilweise an 400 bis 600 Gewinnspielen teilgenommen, täglich. Jetzt schauen wir mal, was das ist. Da scheint nochmal etwas eingepackt sein. Okay, da stehe ich mal auf und ich mache das hier drinnen nochmal auf. Das ist gut verpackt, jedenfalls. So, gleich habe ich es. Noch einen Moment gegrült. Noch sehe ich nur Verpackungsmaterial. Und was haben wir? Uhlenbrock Elektronik. Das System mit System. Und was könnte das sein? Spielzeugtransformator. Und was haben wir da? Uhlenbrock Digital. Das Multiprotokoll-Digitalsystem für Motorola-Tricks und DCC. Inhalt in Telebox, zwei Anschlussstecker, Handbuch. Da muss ich jetzt mal meinen Elektronik-Freund fragen. Und wir das alles hier mal durchlesen, was man damit tolles machen kann. Das schaut auf jeden Fall interessant aus. Cool. Vielen Dank für diesen tollen Gewinn. Da muss ich mich jetzt erst mal selber schlau machen, was das genau ist und wofür das genötigt werden kann. Schaut auf jeden Fall sehr spannend aus, was ich da jetzt noch erfahren werde. Also macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.